Was sind eigentlich Wirkungen? Wirkungen sind Veränderungen, die Sie mit Ihren Projekten bei Ihren Zielgruppen und in der Gesellschaft auslösen möchten. Es gibt verschiedene Arten von Wirkungen und diese veranschaulichen wir mit der Fineo-Wirkungstreppe. Wie Sie sehen können, ist die Treppe in drei Teile unterteilt. Wir haben die Outputs, die Outcomes und den Impact. Bei den Outputs geht es um die Voraussetzungen für die Wirkung. Ohne die Outputs kann Wirkung sich gar nicht erst entfalten. Auf der Output-Ebene geht es um die Aktivitäten, die Sie mit Ihren Projekten anbieten und darum, dass die Zielgruppen an den Aktivitäten teilnehmen und mit Ihnen zufrieden sind. Erst ab der Stufe 4 können wir wirklich von Wirkung reden. Also von Stufe 4 bis Stufe 6 verändert sich idealerweise bei Ihrer Zielgruppe etwas in Ihrem Bewusstsein, an Ihren Fähigkeiten und in Ihrem Handeln, damit sich Ihre Lebenssituation verbessert. Dann auf der Stufe 7 reden wir von Impact und damit meinen wir die Veränderungen in der Gesellschaft. Hier ist es wichtig zu wissen, dass es nicht mehr nur um Ihre eigene Zielgruppe geht, sondern um die Zielgruppe insgesamt auf gesellschaftlicher Ebene. Jetzt schauen wir uns am besten die Wirkungstreppe mal anhand eines konkreten Projektbeispiels an. In diesem Projekt geht es darum, dass Jugendlichen Bewerbungstrainings angeboten werden, damit sie Ausbildungsplätze finden können. Auf den Stufen 1 bis 3 sprechen wir, wie gesagt, von Outputs. Und in diesem Fall bedeutet das, die Bewerbungstrainings finden statt, die Jugendlichen nehmen auch an den Bewerbungstrainings teil und auf der Stufe 3, sie sind damit auch zufrieden. Wenn sie damit nämlich nicht zufrieden sind, das heißt, wenn die Trainings an ihren Bedarfen vorbeigehen, dann können wir noch gar nicht über Wirkung sprechen, denn sie nehmen die Angebote nicht an. Der Knackpunkt ist zwischen Stufe 3 und Stufe 4. Hier entfaltet sich Wirkung, hier ändert sich was bei den Zielgruppen. Zum Beispiel wissen sie, worauf es Unternehmen bei Bewerbungsunterlagen ankommt und sie sind in der Lage, gute Bewerbungsunterlagen zu schreiben, damit sie dann auf Stufe 6 einen Ausbildungsplatz bekommen. Und auf Stufe 7, auf gesellschaftlicher Ebene, trägt dies dazu bei, dass sich die Jugendarbeitlosigkeit senkt. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Phineo-Wirkungstreppe nur ein Modell ist. Dieses Modell soll Ihnen helfen, Ihr eigenes Projekt zu durchdenken, damit Sie wissen, welche Hebel Sie ansetzen müssen, um wirklich Veränderungen bei Ihren Zielgruppen zu erreichen. Probieren Sie es doch einfach mal selber aus. Nehmen Sie sich eine Wirkungstreppe und füllen Sie diese für Ihr eigenes Projekt aus. Am besten machen Sie das gleich mit anderen Menschen, weil dann entstehen gute Diskussionsmöglichkeiten und gute Ideen.